Hallo, schönen guten Tag. Ja, Vorsicht, linksradikale Unterwanderung. Wir haben ja in der Talkshow mit dem Wir-2020-EU-Mitglied ja mitbekommen, dass sozusagen man schon sich bewusst ist bei der Partei Wir-2020-EU, wie gefährlich es ist, wenn man von Radikalen unterwandert wird, von Rechtsradikalen oder Linksradikalen. Und offensichtlich ist wohl diese linksradikale Unterwanderung wirklich geschehen, aber nicht nur bei Wir-2020-EU, sondern auch bei die Basis. Ich hoffe, dass es bei Wir-2020-DE nicht so ist und so geblieben ist, wie wir es bis jetzt hatten, nämlich, dass die offen waren, auch für die bodenständige, vernünftige, realistische Linke. Und ja, schon anhand der Parteiprogramme hatten wir ja immer den Eindruck gehabt, dass das hier eine linksradikale Unterwanderung zumindest einiger entscheidender Personen da eine Rolle spielt. Man darf sich, und jetzt haben wir gesehen, wir hatten ja gestern in der Talkshow einen Professor, der sozusagen zu denen gehört, auf denen sich Wir-2020-EU-Baden-Württemberg bei seinem Landtagswahl berufen hat. Und es begegnen da wieder dieser Linksradikalität, wobei sie das jetzt nicht als linksradikal, nicht als böse verstehen sollen. Linksradikal hat noch nichts zu tun mit linkskriminell und verfassungsfeindlich, sondern linksradikal meint, dass es eben viel Träumereien gibt. Und ich nenne sie sozusagen, ja, man könnte sagen, marxistoide Träumereien. Es ist einfach so, viele Menschen haben, wir sind eine abergläubige Gesellschaft. Und es sind so viele vorteilbringende Irrtümer unterwegs, die uns manipulieren im Sinne von parasitären Memen oder Killer-Viren des Geistes. Und so viele Menschen träumen von irgendwelchen Kinderträumen, von Feen und Elfen und Gespenstern und, und, und. Also die Menschheit hat überhaupt keinen Realitätsbezug. Und wenn man mit solchen Träumereien allerdings Politik betreibt, dann geht das total nach hinten los, weil die Welt nicht aus Träumereien besteht, sondern ganz anders ist. Ich deute es nur mal an, ja, also zum Beispiel müsste man ja eigentlich in jeder Talkshow auch darüber reden, was für die Leute für ein Weltbild haben. Und da wäre man dann wahrscheinlich total überrascht, weil das Weltbild vieler Leute sozusagen letztendlich bedeuten würde, dass sie, ja, wie kann man das sagen, dass sie letztendlich irgendwas glauben, dass der Mensch sei. Dabei wissen wir durch die Naturwissenschaft, das ist nichts anderes als ein Materieklumpen, der zufällig die Eigenschaft hat, ist, dass er sich bewegt, dass er sich sogar vervielfältigen kann. Was unterscheidet eigentlich ein Stein von einem Tier oder einem Menschen? Gar nichts Wesentliches. Der Stein kann sich selber nicht verdoppeln. Er kann nicht Stoffe aufnehmen, aus denen er dann eine Verdopplung von sich herstellt. Und der Stein kann sich auch nicht selber fortbewegen, während das Tier, das kann Stoffe aufnehmen und aus den Stoffen heraus für eine Verdopplung seiner Selbstsorgen. Und ist also quasi ein Tier, ist quasi ein sich bewegenkönnender, sich vervielfältigenkönnender und dazu Stoffe aufnehmender Materieklumpen. Wenn man aber den Menschen irgendwie, wenn man so Kinderträume von Feen und Elfen, Geistern und Gespenstern hat und da müssten wir jeweils schauen, für wen sind solche Fantasien vorteilbringende Irrtümer. Ja, also wenn man so realitätsfern ist, dann ist man eben auch ganz schnell linksradikal und träumt irgendwie von einer besseren Welt, aber mit Vorstellungen, wie weder Menschen sind, also man hat unrealistische Vorstellungen von Menschen, von Lebewesen, von der Natur, von allem eigentlich. Und das macht das so gefährlich, diese Träumereien, also lauter Gutmenschen, die es gut meinen, die aber gefährliche Träume im Kopf haben. Und ich fürchte, dass eben das passiert ist, auch in den Parteien, dass es zwar besonders einige wenige sind, aber auch sehr viele dieser linksradikal verträumten Personen sozusagen die Parteien unterwandert haben und dass das das Dilemma ist, in dem man steckt, weil dann nämlich die Parteibasis keine repräsentative Wählerstichprobe mehr ist. Und das heißt, dass die Parteibasis, wenn sie dann konsensiert, zu keiner rationalen und vernünftigen Entscheidung mehr kommt, sondern immer nur eine extremistische Entscheidung oder eine extreme Entscheidung fällen wird, also eine radikale Entscheidung fällen wird. Und genauso haben sich ja auch die Parteiprogramme, die Wahlprogramme für Baden-Württemberg angehört von die Basis und wir 2020. Ja, also von daher, liebe, liebe, wir 2020 und die Basis, Professor Bakhti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Ivarusen, falls da noch was zu retten ist, ihr müsst unbedingt mit vernünftigen Leuten, mit der bodenständigen Linken reden und dass die euch diese Träumereien, diese Kinderträume aus dem Kopf nimmt. Die Dinge gehen so nicht und die Wähler spüren das, dass man sowas nicht wählen darf und nicht wählen kann, weil es sich um Träumereien handelt, die noch nie irgendjemandem was gebracht haben. Ja, also von daher und natürlich machen wir auch die Wahl-Talkshow-Nachlesen noch. Ja, aber ich mache jetzt erst mal hier, dass ich das mal richtig mache. Ich habe da hier einen Fehler gemacht. Hier sind wir drin und jetzt, ich habe völlig vergessen zu präsentieren. Präsentieren, jetzt präsentieren, Bildschirm ein, teilen, ausblenden und jetzt blende ich hier quasi noch einmal dieses Bild ein. Ja, genau. Und ich fange mal damit an. Ich habe natürlich auch das als Präsentation und, aber ich bleibe erst einmal bei dem als Präsentation. Und ja, ich lese mal ein bisschen vor hier. Also, im Prinzip war das, was uns gestern in der Talkshow begegnet ist, eine sachliche, eine professorale, aber letztendlich eine Marxismus-Variante. Und zwar scheint es so zu sein, dass generell viele Menschen ja begriffen haben, dass wenn man ganz direkt mit Marx kommt und Marxismus und ganz direkt mit DDR kommt und so weiter, dass man dann auf große Abschlehnung stößt. Und das führt dann wahrscheinlich zu nichtbewussten Ausweichbewegungen, dass also sozusagen Marxistoide-Theorien wie die Ökonomie von Mankind oder eben jetzt diese Bodenwertsteuer-Theorie und so weiter aufgebracht werden. Das sind Marxistoide oder ja, Tarnkappen-Marxistische Varianten oder Marxismus-Varianten, die aber nicht erkennbar sind als solche Varianten und auch den Personen selber nicht als Marxistisch erkannt werden sind, obwohl fast die gleichen Worte benutzt werden. Also, im Wahlprogramm standen so Dinge drin wie leistungsloses Einkommen, die hoch besteuert werden sollen. Gestern wurde gesprochen von arbeitslosem Einkommen, das besteuert werden soll, also die Bodengewinne und so weiter sollen hoch besteuert werden und so weiter. Man übersieht dabei aber, dass es eben eine ungeheure Möglichkeit gibt, für diese reichen Leute einfach auch zurückzuschlagen und eben sich dagegen zu wehren, weil die sind nun mal süchtig nach Geld und Macht. Und wenn man ihnen ihr Suchtmittel wegnimmt, dann können die auch einfach zurückschlagen und die sind stärker als wir und so weiter. Und vor allem können sie uns am Ende vernichten schlagen, indem sie das Land verlassen und ein riesiges Vermögen mitnehmen und Arbeitsplätze mitnehmen, Maschinen mitnehmen und so weiter. Und dadurch ein bettelarmes Land zurücklassen, das sind alles so Dinge, das darf man nicht machen. Als bodenständige Linke erhöht man den Wohlstand der ärmeren Bevölkerung auf eine vernünftige Weise, indem man die Gesamtleistungsfähigkeit des Gesamtstaates erhöht, der gesamten Volkswirtschaft und damit natürlich auch damit dann an diesem gesamten Wirtschaftswunder auch alle beteiligt. Aber diese Marxismusvarianten, Träumereien, die gehen immer direkt auf das Ziel los. Nehmen wir es einfach doch von den Reichen weg, ist doch eine ganz einfache Lösung. Aber dass die zurückschlagen können, dass die sich wehren können, dass die ein bettelarmes Land zurück hinterlassen können, wenn sie dann weg sind, das bedenken viele nicht. Und deswegen ist das so ungeheuer gefährlich. Und insofern sind wir ja schon bei der Talkshow Nachlese, tu durch die Sender, TDS-Sender Nachlese. Und wir sollten eigentlich in den Talkshows, man müsste eigentlich immer darüber sprechen, welche Kinderträume haben die Leute im Kopf, welches falsche Menschenbild, welches falsche Lebensbild. Ich habe es eben angedeutet, realistisch ist nur ein Bild. Wir sind nichts anderes als Materieklumpen, völlig bedeutungslos und die halt eine gewisse technische Steuerung haben, die also über Schmerzempfindungen und Lustempfindungen diese Materieklumpen steuert und deren Fortbewegung steuert und deren Bewegungen steuert. Aber das ist alles bedeutungslos. Und wenn man dann so falsche Weltbilder und Menschenbilder und Träumereien hat, dann wird das alles nichts. Noch einmal, weil es so wichtig ist. Die vorteilbringenden Irrtümer, der Sozialspadler, die ja in unseren Köpfen zu parasitären Memen bzw. Killerviren des Geistes werden und uns durchmanipulieren, die machen uns Probleme bei der Akzeptanz, dass jede Art nur überleben kann bei einem großen Übergewicht an Kindern der Fähigsten und einem großen Untergewicht an Kindern der Unfähigsten. Und gegen dieses Prinzip verstoßen wir wegen der manipulativen Meme der Sozialspadler, die uns geimpft haben, dass es doch ganz toll und sozial sei, wenn die Unfähigen 100 Kinder bekommen und die Fähigen Frauen 0 Kinder bekommen. Dass das in Wirklichkeit automatisch zur Zerstörung eines Staates, zum Untergang des Römischen Reiches Deutschland führen würde, zur vollständigen Zerstörung, Das ist den Leuten halt nicht klar, weil ja eben die Sozialspadler ihnen ständig den vorteilbringenden Irrtum um die Ohren hauen, das sei kein Problem, sondern das sei echte soziale Politik. In Wirklichkeit ist das Pseudo-soziale, unsoziale Politik, weil das dazu führt, dass es massen von Nachwuchs an Arbeitslosen gibt und Sozialfällen, worüber sich natürlich die Branche der Sozialspadler führt, mehr Freude, mehr Kundschaft, mehr Arbeit, mehr Karrieremöglichkeiten, erhöhte Gehälter und, 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 mehr vorgesetzten Positionen und Beförderungsmöglichkeiten, alles, alles toll. Aber nur für Sozialspadler, für den Rest eines Staates bedeutet das den Untergang. Also die Sozialspadler, die Arbeitsamtmitarbeiter, die NGOs, die Medizinindustrie, die Pharma-Sparten und so weiter, alle, die können uns ruinieren, wenn wir den freien Lauf lassen und wenn wir deren Vorteil bringen, die Irrtümer, die in unseren Köpfen als parasitäre Meme und Killer-Viren des Geistes wirken, wenn wir die nicht stoppen. Bitte unten rechts an dem rundlichen Ding schneller drehen, weil ich jetzt wieder anfange, hoffentlich langsam zu reden. Ja, rundliches Ding unten rechts bei YouTube, schneller drehen bitte. Ja, also, das Problem ist, dass wir einen riesigen Mangel, das sieht man jetzt auch an diesem Professor gestern in der Talkshow, der ja auch eben sozusagen typisch ist für das, woher sich wir 2020 EU in Baden-Württemberg Inspiration geholt hat, von solchen marxistoiden Träumereien. Das ist das Dilemma, dass eben wir einen riesigen Mangel an Interdisziplinarität haben. Den Weltrat gibt es ja eigentlich in erster Linie deswegen, weil wir an den Universitäten die Leute sich höchstens mit ein, zwei, drei Disziplinen beschäftigen und dadurch sehr viel Wissen von fast nichts, anstatt von allem ausreichend viel zu wissen, was die Interdisziplinarität anzielt. Und den Weltrat gibt es in erster Linie deswegen, weil er eben, weil es eine interdisziplinäre Instanz in der Welt geben musste, die von allem etwas weiß und zwar ausreichend viel und das dann auch noch umsetzen kann und in die Praxis umsetzen kann. Also die marxistoiden Träumereien, auf die sich wir 2020 EU bezieht, Bodenwertsteuer und so weiter als einer der Experten, das ist letztendlich das Ende für diese Parteien. Wenn irgendjemand nicht noch einen Kurs wechselt und sagt, wir müssen uns unterrichten lassen, was so gefährlich ist an diesen marxistoiden Feen und Kindheitsträumereien, dass es so einfach wäre, einfach mal so von den Reichen was wegzunehmen und dass dann ein Paradies auf Erden entstünde. Nein, das hat noch nie funktioniert. Nur unser Weg zum Paradies funktioniert. Ja, wir können die Ärmeren drastisch, also die Leute mit den geringeren Einkommen, wir können dafür sorgen, dass die deutlich höhere Einkommen besorgen. Aber nicht, indem wir die Leute, die diesen die Arbeitsplätze geben können, wir können eben nicht für höhere Gehälter für alle sorgen, indem wir die, die die Arbeitsplätze der Leute geschaffen haben oder die sie in Zukunft als noch Ungeborene sozusagen schaffen sollen, indem wir die aus der Landes treiben oder weiterhin dafür sorgen, dass sie gar nicht erst geboren werden. Also, ja, ja, also ich fürchte, bei wir 2020 haben einzelne Personen, aber durchaus mit versteckter Duldung der verzerrten Parteibasis, die also keine repräsentative Wählerstichprobe mehr ist, sondern da ist ein Übergewicht vielleicht an Linksradikalen drin und da haben einzelne Personen offensichtlich alle Marxistoiden Träumereien eingesammelt, Gemeinwohlökonomie, Bodenwertsteuer und so weiter, alles eher linksradikal-antinaturwissenschaftliche und eben nicht interdisziplinäre Konzepte und diese ganzen Hobby-Träumereien. Auch in Köln gibt es zig verschiedene Marxistoide-Träumergruppen. Denken Sie nur an Attac, früher gab es noch Occupy und so weiter, überall ein Grüppchen nach dem anderen, alles verkappte, Marxistoide-Träumer-Grüppchen, alle bedeutungslos, weil völlig weltfremd und auch für die politische Praxis überhaupt keine, haben diese Gruppierungen keine Bedeutung, aber daraus hat sich offensichtlich das Parteiprogramm gespeist oder die Parteiprogramme haben sich daraus gespeist. Ja, diese praktische Erfahrung zeigt uns jetzt aus der Talkshow die praktische Erfahrung. Die Linksradikalen haben wir 2020 EU unterwandert und ich fürchte auch die Basis und haben eventuell eine solche Abweichung von der repräsentativen Wählerstichprobe erzeugt, dass eben jetzt man die bodenständige Linke als Korrekturfaktor im Moment nicht mehr hören will oder so. Ja, das ist, die Linksradikalen haben auch wir 2020 versucht zu unterwandern in Form der Ökonomie for Mankind, E4M und ja, aber ein Orga-Team hatte eben auch die neue echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre NVWL und die evolutionsbiologische Politikwissenschaft der nextscientistforfuture.de hinzugezogen. Gut so, aber leider hört man nicht viel von wir2020.de. Und meines Wissens haben sich auch wir2020.de gegen diese sehr extreme Ökonomie for Mankind entschieden, weswegen die ja dann eine neue Partei gründen mussten, die Neo-So-So-So-Lösungen-Partei, die dann eben auch zum Scheitern verurteilt werden wird. Denn es gibt schon zig solche marxistoiden Splitterparteien, die selbst nicht wahrnehmen, dass sie selbst marxistisch sind und damit links radikal sind. Ja, ich habe es schon erwähnt, ein unrealistisches Menschen- und Weltbild führt automatisch und zwangsläufig zu einer schlechten, das Land zerstörenden Politik. Träumereien führen also zum Ruin einer Gesellschaft. Ja, die sind so nett und so sympathisch. Ja, auch in Form von Eva Rosen. Ja, alles sympathisch und so weiter. Auch die eine Dame, mit der ich auch von der Basis lange telefoniert habe. Alles sehr sympathisch, aber total verträumt. Und das ist so gefährlich für ein Land. Und man erkennt nicht, dass man sich so damit in die Unwählbarkeit hineinträumt und hineinredet, in jedem Interview sozusagen. Ja, und... Ja, ich lese nochmal vor. Tarnkappen- marxistische, marxistoide Träumereien, die im Wesentlichen aus den Vorteil bringenden Irrtümern der Sozialspatler gespeist werden, ohne jeglichen Realitätsbezug. Der Professor nannte Singapur und Hongkong, dass dort ein unheimlicher Zustrom wäre, dass da keine Abwanderung wäre. Aber ich wette, dass es sich um einen Zustrom der Unfähigen handelt, denn die wollen alle an die Geschenke, an die Umverteilungsgelder von den Reichen. Aber dass die Reichen natürlich versuchen abzuwandern. Die Fähigen wandern ab und die Unfähigen strömen ins Land. Aber wollen wir das? Wollen wir das? Das geschieht ja auch hier in Europa. Wollen wir das lauter Unfähige ins Land strömen und die Fähigen abwandern? Das darf doch nicht unser Ziel sein. Das bedeutet nämlich den Tod Europas. Also... Ja, also denn wenn man hohe Umverteilung arbeitsloser oder leistungsloser Einkommen... Marx hat das noch anders formuliert. Er hat gesagt, diese Reichen sind ja böse Mehrwertabschöpfer, Ausbeuter und ähnliche Dinge, die also nur den Mehrwert abschöpfen. Also das ist ja nichts anderes als eine neue Sprachregelung, das heutzutage jetzt mal neu zu benennen als arbeitslose Einkommen oder leistungslose Einkommen kommen. Das ist aber in Wirklichkeit Marxistoid. Schluck Wasser. Anstatt die Ursachen aller Probleme anzugehen, wie es überhaupt zum Krieg der Männer gegen die Frauen kam, versucht man die reichen Männer auszutricksen. Aber die wehren sich. Das bringt nichts. Ja, die Ursache. Was war die Ursache? Ja, wir alle, jetzt muss ich in der Präsentation einfach mal weitergehen hier, Sekunde. Wir alle sind schuld daran. Wir haben die Männer dazu gebracht. Hier. Wo ist es? Wir haben zugelassen, dass Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung sich ausgebreitet haben, ohne positive Anreize zu setzen. Wir haben das quasi ohne Anreizsteuerung laufen lassen. Und dadurch kam es zu den ersten, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, zu den ersten Frühhändlern und Frühärzten, die gesagt haben, ach, ist das ekelhaft, euer urmatriarchaler, pazifistischer Bonobo-Kommunismus. Oh, dieser viele Sex- und Körperkontakt und Stillerei jahrelang und so weiter. Hört auf, damit ist ja ekelhaft, widerlich und so weiter. Und dadurch kam es dann, diese Irrtümer erwiesen sich als Vorteil bringt, weil natürlich dann die Leute konsumsüchtig wurden. Die hatten also einen Mangel an Glückshormonen, weil ihr Liebesleben ihnen geraubt wurde. Die Intensität des Liebeslebens drastisch reduziert wurde durch solche vorteilbringenden Irrtümer, die dann in den Köpfen als parasitäre Meme manipulativ wirkten. Und dadurch passierte dann Folgendes, nämlich dass die Männer in den Kommunen sich nicht mehr geliebt gefühlt haben, weil die Sexualität ja so stark unterdrückt wurde. Und dadurch hörten sie auf, alles den geliebten Frauen und Kindern zu schenken, sondern fingen an, Akkumulations- und Macht- und später geldsüchtig zu werden und machten ihr Ding, weil ja eben Glück in den Kommunen nicht mehr vorhanden war. Ja, dadurch zerfielen ja dann auch die Kommunen so im Laufe der Jahrzehntausende immer mehr und so, dass wir heute ja alle irgendwie immer näher kommen dem Ziel, dass völlig unglücklichen, einsamen, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen Singles immer näher kommen und immer näher gebracht werden. Ja, und da müssen wir doch was korrigieren. Wir müssen doch über die Hausarzt-Gesundheitskommunen wieder dazu führen, dass Menschen wieder anfangen, miteinander leben zu können, indem sie die ganzen inneren, die ganzen parasitären Meme und Killerviren des Geistes lernen herauszuschmeißen, auch in der vorteilbringenden Irrtümer-Abbautherapie. Das ist ja identisch mit einer Abbautherapie für parasitäre Meme und Killerviren des Geistes, wodurch die Menschen wieder fähig werden, miteinander liebevoll zu leben und so weiter. Und dann werden die Reichen auch wieder anfangen zu schenken und alles zu verschenken. Und spätestens dann geht die Schere zwischen Arm und Reich endgültig zusammen. Aber bitte doch nicht versuchen, quasi einen Krieg gegen die Reichen zu machen, den diese immer gewinnen werden. Also, so, an welchen Punkte gehen die Weltbilder und Menschenbilder auseinander? Das ist doch die Schlüsselfrage. Da müssen wir in den Talkshows noch irgendwie viel mehr drauf eingehen, dass da einfach diese verträumten Menschen- und Weltbilder, da geht die Sache weichenmäßig auseinander. So, die einen, wir laufen auf dem Gleis der knallharten realistischen Naturwissenschaft und die anderen rutschen uns dann weg in Träumereien. Und dann kommt man auch nicht mehr weiter, weil die einfach nur ihre Träumereien erwähnen. An dieser Stelle sollte man dann vielleicht gleich zurückgehen und dann darauf eingeben, wo entscheiden sich, haben sich die Menschen für Träumereien entschieden, statt für knallharte realistische Naturwissenschaft. Und, ja, der Professor erwähnte Mark Zuckerberg und Bill Gates, ja, das, oder auch Donald Trump, das sei keine Intelligenz. Ja, aber gucken Sie doch mal an, was wäre, meinen Sie, jemand anderes außer Zuckerberg oder Bill Gates hätte wirklich das Facebook-Imperium und das Microsoft-Imperium aufbauen können, einfach so jemand mit einer geringeren Intelligenz als die beiden oder zumindest einer Bauernschleuer oder Cleverness? Ja, also ich glaube es nicht. Also da ist immer dieser Versuch der Marxistuiden, den Unternehmer als leistungslose Person hinzustellen. In Wirklichkeit spricht alles dafür, dass es sich dabei um die Menschen mit den größten Gehirnen, die leistungsfähigsten handelt, die ein krankes Wirtschaftsspiel einfach nur besser spielen als andere. Und, ja, und der Weltrat, diese Professoren haben halt die größten Gehirne, weil sie dann auch durchschauen können, dass dieses kranke Spiel geändert werden muss, wozu Bill Gates und Mark Zuckerberg wiederum nicht fähig waren. Also so groß sind dann ihre Gehirne tatsächlich nicht. Ja, aber dafür gibt es ja den Weltrat, für die, wo alle hinkommen mit den großen Gehirnen, mit den ganz großen Gehirnen. Statt Argumente hat auch dieser Professor natürlich wieder den üblichen Diffamierungsversuch gestartet. Ja, das kommt ja aus den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler zu, und die Soziologen sind ja quasi, man könnte sagen, die Soziologie ist ja, die geschäftsfördernde Pseudowissenschaft der Sozialspartler. Ja, da wird geträumt und da wird fantasiert und da sind dann, die ganzen Unternehmer sind dann da eben die Dummen und die Biologie ist schlecht, weil sie ja quasi Kontra gibt diesen ganzen sozialspartlerischen Träumen davon, dass alle neugeborenen Genies seien und dass alle gleich seien und all diese Träumereien. Und genauso ist die Medizin die geschäftsfördernde Pseudowissenschaft der Medizin- und Pharmaprofessionen sozusagen. Und dafür gibt es ja den Weltrat, dass man erkennt, dass man auch die Wissenschaft reformieren muss und dass man sorgen muss, dass solche Konzerndienstmärkte eigentlich nichts in der Wissenschaft zu tun haben. Ja, wir brauchen eine echte Wissenschaft über Gesundheit und Krankheit, aber nicht ein Geschäftsmodell an den Universitäten. Also es wäre genauso gut, könnten wir auch für McDonald's die Ausbildung für McDonald's an den Universitäten einrichten, sodass dann deren vorteilbringende Irrtümer über angebliche gesundheitsförderliche Wirkung von McDonald's-Nahrung sozusagen dann plötzlich als Wissenschaft bezeichnet wird. Ja, also statt Argument kam dann halt so dieser Diffamierungsversuch, Ja, der Weltrat, die Next Scientist for Future, ist ja so stark biologisch und das Biologische hat ja auch eine schlechte Vergangenheit. Aber das wissen wir selber doch viel besser, weil wir ganz klar sagen, wir arbeiten mit der korrigierten und kompletierten memetisch-genetischen Evolutionsbiologie, die natürlich all diese Missbrauchsvarianten der Biologie, wo Biologie zum Schaden der Menschen benutzt wird und nicht wie bei uns als bodenständige Linke zum Nutzen der Menschen benutzt wird. Natürlich haben wir die rausgeschmissen in der korrigierten und kompletierten memetisch-genetischen Evolutionsbiologie. Und natürlich auch die schlechten Seiten der Soziobiologie rausgeschnitten und rausgeschmissen, das ist selbstverständlich für uns. Ja, dann gucken wir mal weiter, was es hier noch gibt. Was haben wir noch? Ja, wir haben viele Wege, die Schere zwischen Arm und Reich allmählich zu schließen. Aber wir müssen davor warnen und vor der Befriedigung dieser vielen Neidgelüste, die auch viele Menschen haben. Und mit denen man sagt, als erstes nehmen wir den Reichen das Geld weg, diesen arbeitslosen Einkommensbeziehern, diesen leistungslosen Einkommensbeziehern, da nehmen wir den als erstes Geld weg. Das würde uns selber und das würde die Armen beschädigen. Das würde die Leute mit den niedrigen Einkommen dazu führen, dass die noch niedriger Einkommen bekommen. Also das heißt, die Niedriglöhner wären die größten Opfer einer solchen Politik. Und das will man ja eigentlich nicht. Aber das ist das Dilemma bei pseudosozialer Politik. Die dient am Ende nur dazu, dass die Sozialspartler davon profitieren, weil die Armee der Sozialfälle immer größer wird und das Elend immer größer wird in einer Gesellschaft. Aber diese pseudolinke Politik, pseudosoziale Politik, ist in Wirklichkeit eben eine zutiefst unsoziale Politik. Die ist einfach eine Geschäftsförderungspolitik von Sozialspartlern, Arbeitsamtmitarbeitern, NGOs, Medizin- und Pharmaindustrie und so weiter. Also auf jeden Fall für uns alle schädlich. Unsere Erhöhung des Wohlfühlens erhöht bei den Reichen den Wunsch, in Deutschland zu bleiben. Daraus folgt dann eine Akzeptanz auch höherer Steuern. Dann können wir auch wirklich, wir können ein bisschen mehr umverteilen. Dann, wenn wir die Lebensqualität auch für Reiche so erhöht haben, dass die sagen, okay, das ist mir wert. Dafür bin ich auch bereit, dass man mich jetzt ein bisschen höher besteuert. Und trotzdem geht es mir so gut in Deutschland, dass ich trotzdem gerne in Deutschland bleibe. So funktioniert das. Und ja, also entscheidend ist, dass wir die Lebensqualität so hoch fahren, auch für die Reichen, dass sie weder aussteigen oder abwandern sozusagen. Also ohne ein Ansteigen der Abwanderung zu erzeugen. Das ist der einzig richtige Weg zu einer höheren Besteuerung der Reichen. Und später geht ja dann die Schere zwischen Arm und Reich sowieso zusammen, indem wir wieder, indem die Schenker-Mentalität der Männer wieder zurückkehrt sozusagen. Positive Anreize. Ja, durch die positiven Anreize, die wir überall setzen, erzeugen wir ein Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich. Und dadurch werden wieder auch die Einkommen der Niedrigqualifizierten werden dadurch wieder angehoben, weil diesen ganzen Wohlstand, der führt dann dazu, dass natürlich letztendlich die Gehälter auch erhöht werden können. Und wenn das alles nichts hilft, dann können wir die niedrigen Einkommen einfach noch weniger besteuern und dafür die höhere Besteuerung der Reichen verwenden, weil die ja sowieso auch wieder was abkriegen von den 500 Milliarden und weil die wegen der erhöhten Lebensqualität sowieso gerne in Deutschland bleiben, auch wenn sie deutlich höher besteuert werden. Und so können wir dann die niedrigen Einkommen der niedrigen Einkommensbezieher durch Wegfall oder Reduzierung von Steuern und Abgaben dieser Niedriglohngruppen schön anheben. Also insofern geht es da dann allen besser. Und das sind vernünftige Lösungen, aber die haben eben nur die NextScientists for Future.de. Ja, kluge Frauen kriegen dritter Weg, mehr Wohlstand zu erzeugen, auch für die Ärmeren oder für die Niedriglohnbezieher. Ja, kluge Frauen kriegen wieder die Kinder, die dann Hochlohn-Arbeitsplätze schaffen. Also bis im Moment werden zu wenig Kinder von klugen Frauen geboren und deswegen haben wir nicht genügend neue Hochlohn-Arbeitsplätze. Und wenn dann viele abwandern aus den Niedriglohnsektoren in die Hochlohn-Arbeitsplätze, weil dort händeringend neue Leute gebraucht werden, dann steigt auch für die untersten Lohngruppen wieder das Lohnniveau an. Und ja, das habe ich schon erwähnt, die Reichen in den Kommunen, in den ersten Kommunen, die entstehen, rund um die Hausarztgesundheitskommunen, fangen dann auch vielleicht schon wieder die ersten Reichen an, alles den Frauen und Kindern zu schenken. Und dadurch geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter zusammen. Allerdings müssen wir generell natürlich aufpassen, dass wir generell nicht das Investitionsvolumen für die Schaffung neuer Arbeitsplätze zerstören. Aber das kann ja zwischen den Männern und Frauen und Kindern so geregelt sein, dass im Zweifelsfall auch die Frauen dann mit ihrem Geld auch in die Schaffung neuer Arbeitsplätze investieren. Wer weiß, wo wir dann enden. Vielleicht wird die Welt wieder ganz anders und wir brauchen irgendwann gar keine Arbeitsplätze mehr zu schaffen. Das geht aber auch erst, nachdem die ganze Welt pazifistisch geworden ist. Denn wir können erst auf drei Stunden pro Tag runter, wenn wir nicht mehr bedroht werden von militärischen Angriffsmöglichkeiten anderer Staaten. Erst dann dürfen wir langsamer machen. Denn sonst werden wir überrannt und umgebracht, wie die Indianer und Indios. Also diesen Leichtsinn, Deutschland schutzlos der Angriffslust anderer Staaten auszuliefern, das darf auch nicht geschehen. Das gehört auch zu diesen Träumereien. Wir müssen doch realistisch auf dem Boden bleiben. Jederzeit kann Europa militärisch angegriffen werden, wenn es sich nicht mehr wehren kann. Oder nicht mehr wenigstens Defensivrüstung hat. Ja, ich glaube, das war's. Das war's. Und jetzt muss ich nur noch, damit ich das schön geübt habe, muss ich jetzt die Präsentation beenden. Dazu gehe ich hier hin. Ich gehe Präsentation beenden. Ich hoffe, ich mache das hier richtig. und winke Ihnen noch mal. Da sieht man mich ja in den Talkshows dann, wenn die Kamera entsprechend auf den Arbeitsplatz dann gerichtet wird. Und ja, das war's. Und jetzt beende ich diese wissenschaftliche Tagesschau heute.